okay das ist so weit weg moment das ist da drüben ok wir haben konnte crossing das war das ok da sind natürlich auch vielleicht die gleichen es wäre schön finch farm ist da diese farm ist da gut wir gehen jetzt eh dahin und dafür dahin auch gleich hatten wieder angegriffen auch mann wieso das wieso grey garden was soll denn der scheiß was ist das für eine waffe gibt es gegen messer wer wagt es redor ok pass mal ein bisschen auf hier wer macht denn das was tut das etwa ok das war ziemlich dumm von euch extrem dumm na du hattest das ok und wie sieht es aus verluste kein siedler schön da bin ich froh auch kein siedler und sonst ist ja alles gut scheint wirklich was zu wirken ja so nimmt das ein bisschen mit da drin war noch einer so wird wurde da was zerstört was man sehen wurde da was zerstört nichts zerstört ok leute sieben betten gut die meisten cd roboter die brauchen da nix die brauchen da ein bisschen mehr schutz wie es aussieht haben da wieder ein bisschen öl schön so du bist kaputt geh mal schön da hin so oder warte so ok und hier du 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 hm ah ne sollte gut sein oder warte hier unten noch eins hin muss halt das da weg guck so gut okay nicht schlecht ja sonst alles gut okay schön sonst kein schaden mhm so ok jetzt nochmal zurück zurück zum business so 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 alles gut hast du irgendein medizinisches anliegen oder wolltest du mich nur ein wenig von der arbeit abhalten ok wer bist du denn monsterfischer bist du wirklich ein doktor ob ich ein doktor bin ich zeig dir gleich mal mein diplom von der schlauberger wie dich retten schule ich bin eine institution in dieser gegend also brauchst du jetzt hilfe oder was ne ne tschüss ich bräuchte ein paar vorräte für unterwegs ich habe jede menge mhm zeig mal her aha ok ok ja tschüss ok interessant so ein Typ hat immer noch strom ok ok 38 Plasic. Seatwärts. Nix. Okay. Okay. Besant. Du 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 du. So. Okay. Bitte schön looten. Nice. So muss das. Okay. Kaffeetasse. Dankeschön. So. Hm. Ich bin besser als hier der Staubsauger. So. So. Nice. Und den Safe auch noch. Ja geil. Wird ja immer besser hier. So. Das ist auch nicht abgeschlossen. Ja perfekt. Perfekter kann es nicht sein. Hm. So was haben wir denn hier. Okay. Interessant. Da drüben wäre ein Schiff. Da. Komm. Du 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 du. Hm. So. So. Keine Falle. Schön. So. Okay, schön. Uh, perfekt. So. Okay, hier lud ich gerne. So viel gutes Zeug. Hm, und wie? So. Okay. Aber das ist ja gar nicht bekannt vor. Äh. Geht's doch nicht mehr. Genau. Hm. Dacht das wär was anderes. So. 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 Da ist nix. Okay. Hm, 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 hm. So. 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 Da drüben müsste es sein, in dieser Schule. Okay. Ja, mit etwas Glück sind es auch die Räder für diese Siedlung da drüben. So, sehr schön. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So. Okay, wir sind da. Ja, definitiv sind die hier. Seht man sofort. Hm, schön. Danke für den Lott. Hm. Das macht er schon die ganze Zeit. Deswegen bin ich hier. Ihr habt es übertrieben. Ich hab mich da gesehen. Was? Wer? Wo? Na, keine Ahnung, wer da ist. Weißt du es? Hm. Hm. Leise, ich höre jemanden kommen. Hahaha, witzig. Los, in Position. Oho. Die wissen Bescheid. Hm. Okay. So, so, hast du das. Okay. Wo haben die sich positioniert? Hm. Okay. Hier ist niemand. Hier ist irgendwas. Irgendwas. Hm. Okay. Hier. Ist auch nix. Hm. Wo sind die hin? Wo sind die hin? So. Okay, der hat so schön geleuchtet. Das war interessant. Da muss ich drauf schießen. Ja, da ist nix. Macht Schluss. Geht nach hause. Da ist nix. Geht zu eurer Position zurück. Hier ist nix. Hm. Noch mehr Kakerlaken. Und damit meine nicht die Raider. Ausnahmsweise. Habt ihr doch was gehört? Ach da. So. Ja, ganz ruhig. War nur ne Kakerlake. Da ist nix. Scheiße, was war das? Ha. Geht ganz aufregend. Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hat recht. Tja. Hoch. So. Tja, ja. Hm. So, so. Okay, da will einer aussteigen. Ja, er ist ein bisschen zu spät. Hättest du das mal früher gemacht? Hm. Okay, du nervst langsam. Hm. So. Es ist Mitternacht, hier bei Radio Freedom. Als du zuhörst, diese Nachricht ist für den General. Wir hatten einen Vorfall in der Burg, bei dem wir deine Hilfe gebrauchen könnten. Nichts Ernstes, nur... Hey, was soll das? Hör zu, General. Schwing deinen Hintern schleunigst in die Burg. Hier spricht Vonny Schock. Du kennst mich nicht, aber du wirst trotzdem mit mir reden wollen. Okay, richtig? Ich höre jemanden. Kampfpositionen. Du trägst dein geliebtes Mikro ja wieder. Hm. Okay. Tut mir leid, Leute. Wer will da was von mir? Hm. Das sonst. Unfassbar. Lass mir nur einen halben Anteil geben. Die Wand ist noch verkommener als die letzte. Tja. Und das wird doch dein letzter sein. Okay, Kampfposition. Wo seid ihr? Seid ihr hier? Da seid ihr. Habt ihr gesehen? Ja, bleib doch hier. Wat? Okay, was machen die? Hm. Schön erwischt. So. Okay, das war interessant. Krieg dich mal wieder in den Griff. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Okay. Du, 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 du. Hm. So. Halt mal kurz die Klaffe. Ich hab was gehört. Ne, ne, hier ist nix. Hier ist überhaupt nix. Hm. Okay. Tja. Na, bist du verwirrt? So. Noch einer weg. Hm. Das war interessant. Schön gemacht. Versteckst du vor mir? Hm. Kannst du vergessen. Komm raus. Dann mach ich's kurz und schmerzlos. Hm. Glaub mir. Okay. Mensch. So, nimm das. Ah, miss, ich treffe nicht. Was soll denn das? Okay. Hast du's mal. Hm. Blutvertrag. Okay, was ist das denn? Warte kurz. Glaub mir, aber du kannst hier gewinnen. Ja, wir wollen hier was, hä? Hm. Okay. Blutvertrag. Okay. Was steht denn da? Okay. Nur Moral ist unwichtig. Blutvertrag. Mit meinem Blut gelobe ich, mein Leben dem Richter und seinen Geschworenen anzuvertrauen. Bis zum Ende, auch unter Qualen der Folter und des Todes. Was ist denn für ein Scheiss? Okay, was machen die denn hier? Will wohl Spielchen mit mir spielen, was? Ja, spiel gerne Spielchen. Und wie? Hm. Ach. So, schön in den Fuß. Schön in den Arm. Na, Powerrüstung. Hm. Okay. Du bekommst das ab. Hm. Okay. Irgendwie treffe ich jetzt nicht mehr so oft. Was ist denn da los? Ja, du bewegst dich zu viel. Das ist das Problem hier. Ja, nur ein Geräusch. So, sehe ich noch Geräusche hier. Nur Kampfgeräusche. Hm. Okay. Na, warte, zu dir komme ich gleich. Okay, und die hat Hundefutter gefressen oder geschnüffelt. Oder geschnupft. Hm. Oder gespritzt. Alles mögliche. Ja, was ist das denn? Komm, gib die Tomate her. Ich will die Tomate. Gib her. Gib die Tomate her. Na los, geh da weg. Tomate. Okay. Okay, wo ist sie hingeflogen? Da. Dankeschön. So, mal trinken zwischendurch. Wo bist du, Dämon? Du nervst langsam. Wo bist du? Da bist du. Habt ihr gesehen? So, nimm das. Hm. Da draußen ist wer. Mhm. Verteilt euch. Findet sie. Hm. Du, 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 du. Hast Angst, was? Ah, das Blende-Tier. Ah, das Glück gehabt. Hm. Schießt ihr gerade schlecht. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Nö, nö. Hm. Okay. Na, komm her. So, habt ihr. John. Okay, was soll das denn? Um keine Nachrichten für die Minutemen zu verpassen. Hm. Was haben die denn hier gemacht? Oh, interessant. Schießübungen. Hm. Okay. Ja, warum nicht? Wie, etwas? Was? Warte, willst du mich verarschen? Was? Da war niemand mehr. Okay, was ist denn das für ein Scheiß? Okay, nächstes Mal abwarten, bis die Meldung kommt. Hm. Ja, was zum Teufel. Oh, der sollte mit einem Typen reden. Das kann auch sein. Hm. So. Ach, Mann, ist das scheiße. Was für ein Bullshit. Hm. Warte mal. Das da ist ein Skelett, okay. So. So. So, hier bin ich. Hier bin ich, ja. Okay. Hm. Hm. Ja, bis jetzt ist ja nichts mehr. Hm. So. Okay, über uns. Hm. Oh, nice. Danke. Das ist aber schön. Und okay, da hinter mir habe ich eine Mine gesehen. Souveniertasse? Nice. Okay. Ja, diese Mine meinte ich. Das war knapp. Puh. Okay. Wer zum Teufel legt denn hier Minen? Was soll denn das? Das ist aber nicht nett. Okay, und Kaliber 50. Wofür brauche ich das denn? Hm. No. So, ich lasse mich vom Luzus ablenken. Ah, ist nicht gut. Hm. Okay, hier ist nichts mehr, schön. So. Aha. Okay. Haben die Räder ein bisschen gemalt. Interessant. Hm. Dankeschön. Hm. So. Oh, nice. Schöner Schädel. So, und jetzt du noch. Gut. Ich sehe noch etwas. Ja. Schön. Drei Uhr hier bei Radio Friedrich. Drei Uhr. Ich hoffe, ihr hört uns an einem sicheren Ort. Alles ruhig im Commonwealth. Passt auf euch auf da draußen. Okay, schön. Ja, das soll ich auch gerne. Dass ihr alles ruhig ist. Du, 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 du. Hm, 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 hm. Hm. Wieso? Wieso Rache? Was habe ich gemacht? Warte, ich will mal was anderes ausprobieren. Eine andere Waffe. Was war das da? Oho. Hm. Oho. Na, super Schaden. Hm. Cool. So, komm mal her, du. Nimm das. Hm, cool. Okay, die Waffe ist nice. So, wer schüttet denn da? Ja, was soll das denn hier? Schnauze. So. Oh, sind noch mehr. Hm, interessant. So, nochmal eine Raider. Brennen. So, na, ne, lass das. Hm. Okay. So, nimm das. Hoah. Jetzt geht's los. So, du kannst dich abhauen hier. So, tschüss. Schön erwischt. Hm. Okay, wo sind hier die Restlichen? Hm. Wie bei uns, na, schön. Ich hab das schon hundertmal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Ja, ja, ja. Dieser Spruch wird langsam alt. Hm. Ne, ne. Okay. Hm. So. So. Na, wirklich. Wo ist der kleine Wichser hin? Na, geht's. Schon wieder das. Ich bin nicht klein, verdammt. Wo bist du? Mich klein zu nennen, ich glaube, sagt. Bleib bei uns, um keine Meldungen für die Minuten zu verpassen. So. Hm. Was war das? Tuttenkopf-Halstuch. Tuttenkopf. 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 Wo ist denn hier? Tee. Oh, geil. Nein, ach Mann. Okay, das kommt später. Wenn die mal weg sind. So. Hm. Na, schön. Schaut ruhig auf, Leute. Immer noch alles ruhig. Tut, 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 tut. Hm. Okay. Okay. Aber ich kriege jetzt alles mit. Gut. Na, warte kurz. Wieder so bitte. Mal aussteigen. Mal aussteigen. Mal das da. Nice. Jetzt wieder rein. So. Perfekt. Ah, das musste sein. So. Das hat wer gehört. Okay. Das ist mir egal. Wo seid ihr? Kuckuck. Keine Meldung. Wir halten euch auf dem Laufenden. Kuckuck. Du musst es unbedingt in Helden spielen. Mhm. Ich bin kein in den Helden. So. Weil ich das gut kann. So schlägt man zu. So. Jetzt bist du dran. Komm her. Komm her. So. Nimm das. So. Ist das süß. So. Okay. Nochmal. Da hast du. So. Niemand hat was gehört. Nix ist ja los. Okay. Jetzt räumen wir mal auf. Komm her. Richter Zeller. So. Wir sind gerichtet. Länger als du. Auf jeden Fall. Moment. Nimm mir Kampfflinti. So. Nix. Ich will nicht sterben. Keine Lust. Geh mal weg da. Du störst. Jetzt bist du dran. Komm her. So. Da da da. Da da da. Hui. Und so. Tschüss. Gut. Das waren die. Plasma. Okay. Interessant. Das hatten wir. Das war interessant. Das war interessant. Okay. Okay. So. Das war. Okay. Das war. Okay. Ich bin ganz schnell. Okay, Besspa-Schläger. Mhm, okay. Hm. Okay, und irgendwo da vorne waren ja noch hoch. Ach, okay. Na ja. Uh, nice. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigenden Geschichten gefunden. Röder wäre halt plus 5% Strahlungsschaden. Cool. Das nehme ich gerne mit. Schön, schön. So, woher bist du? Okay. Das war zu weit. Gut. Äh. Ich lasse nach. So. Das wär's. Gut. Okay, schön. Nicht schlecht. Hm. Okay. So. Na komm. Na, was geht nicht? Ja, geht doch. So. Hm. Ja, der hat das ja schön hier. Hat das gehabt. Okay. So, keine tolle Waffe hier. Und viel zu wenig Geld. Dafür, dass der hier so viele Karawanen überfallen hat. Und Geld von diesem Typen auch noch bekommen hat. Schutzgeld. Hm. So. Okay. Hm. So. Okay. Die sind da drüben, okay. Diese Siedler. Die war offensichtlich Leererin. Die da. Da sind die. Da ist niemand. Hm. Interessant. Okay. So, was haben wir denn hier? Let's mal das lesen. Die anderen können warten. Okay. 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 sich erholen und schlugen ihn dann nochmal zusammen. Nach mehrmaliger Wiederholung dieser Prozedur wurde er schnell mager. Als wir ihn uns für eine letzte Runde vorknäpften, versprach er uns alles zu tun, wenn wir auch nur aufhörten. Er unterzeichnete den Blutvertrag und wir wiesen ihn den neuen Rekruten zu. Okay. Ja, was ist denn für ein Scheiß? Rock tief. Dem Kerl konnte nichts was anhaben. Nicht mal das Zähne ziehen. Er wollte seine Augen und Hände behalten. Darum hat er dann doch noch den Blutvertrag unterschrieben. Hm, interessant. Und Specker? Er flehte uns ständig an, ihn zu töten. Er verstand nicht, warum wir nicht einfach taten, was alle anderen Gangs tun. Hunger und Schläge setzten ihm stark zu. Aber erst durch die Androhung, ihn dem Ratten zum Fraß vorzuwerfen, konnten wir ihn schließlich brechen. Okay, ist ja toll. Was ist das denn für ein Scheißverein? Hm. Okay. So, einmal schön befreien. Na komm. Na komm. So, geht doch. Du bist frei. Ich hätte es nicht länger ausgehalten. Danke dir. Na, kein Problem. So, jetzt bist du dran. Na komm, wo bist du? So. Na, ist echt cool. Entschuldigung. Kessler hat dich geschickt. Gott sei Dank. Mhm. So, aber das wollte ich niemandem verraten. Was ist das denn hier? Terminal. Recruit Stinky. Okay, es geht noch weiter. Wollten ihn durch Isolationshaft beugen. Außerdem reagierte er auf Feuer. Unterzeichnete den Blutvertrag, nachdem wir ihm mehrmals die Sohlen angesenkt hatten. Er bedankte sich später für das Essen. Okay. Qued Finger. Kaum Reaktion auf gebrochene Finger. Konnte Zahnziehen mit Zange nicht aushalten. Unterzeichnete den Blutvertrag nach längerem Hunger und der Drohung, einen vierten Zahn zu verlieren. Hm. Killer. Dieser Kerl muss schon eine Weile mit einer anderen Mannschaft marodiert haben. Was wir auch versucht haben, er hat über alles gelacht. Er hat die Folter genossen und uns angespuckt. Wir müssen ihn erledigen. Hm. Du Sand. So, so. Du, 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 du. Okay, hier ist nichts. So. Okay. Ja, dann noch du. So. Hallo. Lass... Ich lass keinen. So. Wirklich keinen. Hm. Keinen dieser Bastarde von Zellers Armee am Leben. Nee, nee, sind alle tot. So. Schön. Okay, dann auch hier hin. Hui. So. Gut. Ah, wieder so etwas. Was hast du hier? Haarbürste, Zandpasta. Teddybär, schicke Haarbürste. Okay. Nichts Interessantes. Du, 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 du. Ich erinnere mich noch. Hab diesen Hort... Äh, diesen Hort. Diesen Hort hier. Aufgeräumter Bonedict-Quest. So. Hm. Gut, hab ich das mal nachgeholt. Schön. Okay. Oho. So viel schönes Zeug. Nice. Drei Kerne. Okay. Hm. Kein Geräusch. Okay. Viel zu spät. Hm. Ah, nice. Noch mehr. Vielen Dank. Okay, aber die sind auch so verschwenderisch. Loten nicht mal die Leichen. Hm. Okay. Das war's hier. Gut. Hm. Dann können wir ja gehen. Haben alles erledigt. Tschüss.